Heute gibt es mal wieder einen Roman und zwar diesen hier, Muttermilch von Melissa Proda. Den habe ich ganz schnell gelesen, in zwei Tagen war ich durch. Es ist die Liebesgeschichte von zwei jungen jüdischen Frauen in Los Angeles, Rachel und Miriam, die sehr sehr unterschiedlich sind. Die eine, Rachel, aus deren Perspektive die Geschichte auch erzählt wird, kommt aus einer säkularen Familie, arbeitet in der Film- und Fernsehbranche und hat eine Essstörung, zählt also den ganzen Tag Kalorien und ist deshalb auch sehr dünn. Die andere, Miriam, kommt aus einer orthodoxen Familie, isst dick, isst gerne und viel und arbeitet im Frozen-Joghurt-Geschäft ihrer Eltern. Und die beiden verlieben sich ineinander und dann geht so die Geschichte eben los. Ist immer schwierig bei einem Roman, den zu beschreiben, weil da darf man ja nicht so viel erzählen, um die Geschichte nicht zu spoilern. Also erzähle ich jetzt auch gar nicht so viel, außer dass die Geschichte halt verschiedene Ebenen hat. Man kann es einfach auch als Liebesgeschichte lesen. Es gibt sehr viele und sehr gute Sex-Szenen, bei denen das Besondere daran ist, dass halt das Begehren, das sexuelle Begehren der Hauptfigur einem ausgesprochen dicken Körper gilt und entsprechend werden die dann auch erzählt. Das ist ungewöhnlich, hat man nicht so oft und hat mir sehr gut gefallen. Eine andere Ebene, die ich auch sehr interessant fand und die auch vom Titel her schon Muttermilch angelegt ist, ist, dass es bei beiden die Beziehung zu ihren Müttern eine wichtige Rolle spielt. Bei Rachel, also der Dünnen, ist die Mutter mit eigentlich der Grund für ihre Essstörung, weil sie von klein auf zum Diäthalten und so weiter gezwungen wurde und sie also echt eine offene Rechnung sozusagen mit ihrer Mutter hat. Die andere hat genau das Gegenteil, hat eine warmherzige Mutter, die halt als orthodoxe Jüdin auch alle Regeln einhalten will, aber so eine Wärme, Geborgenheit, Großfamilie und so weiter ausstrahlt und also die Mütter sind auch das genaue Gegenteil voneinander. Und daneben gibt es halt dann auch, also oder das, was vielleicht eigentlich das Hauptthema ist, dass anhand dieser beiden Geschichten auch die Frage gestellt wird, wie wir Konflikte zwischen Töchtern und Müttern austragen, wenn die Wertesysteme sehr auseinander driften. Was beide Mütter nämlich gemeinsam haben, ist, dass sie nicht gutheißen, dass ihre Töchter lesbisch sind und ja genau die Frage ist, wie geht man damit um, wie reagiert man, gibt man nach, verfolgt man die eigenen Ziele, folgt man dem eigenen Begehren, bis zu welchem Grad lässt man es dann zum Bruch kommen mit der Mutter und deren Idealen und Werten. Also das ist sozusagen das Subthema, das sich neben diesen einzelnen Aspekten durch den Roman zieht. Und ja, wie es dann ausgeht, das müsst ihr, also um das zu wissen, müsst ihr den Roman selber lesen. Muttermilch, Melissa Fröder. Musik 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 使用 Musik Vielen Dank.